Dieses Video ist vorproduziert und noch vor Corona. Perfekt, wir haben's. BAMBUS! BOSS JUNGER! Bruder, ich hab so Hunger, ich hab nix gefrühstückt gehabt. Ich bin jetzt hergefahren, eine Stunde und konnte nicht frühstücken. Bro, du würdest mich nicht kennen, wenn ich immer was für dich bereit hätte. Den neuen Protis-Riegel mit BOSS 10 spart dir minus 10% Rabatt auf jede Protis-Überstellung. Es war überhaupt nicht geplant, also es war gar nicht ausgemacht, dass wir das machen. So, lass es dir schmecken, Bicho. Lass es dir schmecken und jetzt geht's los zum Video. Jo Leute, was geht uns? Herzlich willkommen bei einem neuen Video. Bicho, was passiert heute? Lass mich mal fertig jetzt mal. Ihr seht es, wir sind am Fußballplatz. Wir sind noch gerade einen Tag vor dem Lockdown. Das heißt, das Video ist vorproduziert. Heute drehen wir wieder eine neue Episode mit Sven nachher. Es gibt wieder was zu gewinnen. Der Weihnachtsmann. Wie schnell war ich weg? Wohl krank schnell. 30 Stunden machst du nie im Video. Also, was gibt es heute zu gewinnen? Ein Juventus-Shirt, was kennt ihr schon? Aus der ersten Episode ein Juventus-Shirt, wie gesagt, dann ein Menus-Shirt. Und heute gibt es zwei normale Alidas-Shirts für die Gewinner, wenn sie gewinnen sollten. Ja. Und den Prozess-Riegel kriegt ihr nicht, weil den esse ich auch. Wir holen gleich die Kandidaten ins Bild. Wir haben heute glaube ich richtig starke Gegner. Ja. Also es wird sehr sehr knapp. Die letzte Episode war schon knapp. Checkt sie an dieser Stelle nach diesem Video nochmal ab. Leute, kommt mal ins Bild einzeln. Schmeckt's? Mhhh. Hallo, ich bin der Sanel. Ich spiel bei Austria Wien und bin 14 Jahre alt und Position 10er. Ich bin der Deni, 16 Jahre, auch bei Austria Wien, auch 10er. Ich bin Marco Misutka, spiel bei Union Mauer, 18 Jahre alt, Kampfmannschaft Reservi-Kolli. Schau, es hört einfach nicht auf. Ich filme drauf, es hört nicht auf. Schau mal wie groß es ist. Schau dich mal nochmal hinten. Siehst du diesen Donutkombativen? Bad Feature, du bist 1,80 zum Vergleichen. 1,80. Ja, ist so ein Kopf größer. Zu viel Brot ist Riegel gegessen. Jetzt hör mir mal zu! Achso. Zu viel Brot ist Riegel gegessen. Gibt dem Video einen Daumen nach oben. Die Unterstützung, letztens ist es wirklich krank. Deswegen gib diesem Video auch einen Daumen nach oben. Wir starten gleich mit Freistoß, oder? Let's go! Ich muss sagen, wir haben uns vorhin eingeschossen. Der Daumen ist ein Riese. Und er macht es sehr schlau über das, dass Sie es dann sehen. Es wird sehr schwer, viele Daumen zu machen. Also heute, no joke, glaube ich, einer der besten Daumen nach. Also, no joke. Mit bisschen mehr Erfahrung. Profi-Liga. Wenn wir das jetzt jetzt sehen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt geht's los. Schere, Stein, Papier. Nimm Stein, nimm Stein. Wer soll anfangen, Dennis? Wir? Das sehe ich nicht. Wir fallen an. Oder wir? Wir, 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 wir. Komm, du weh, jetzt wird's schon. Komm! Du, du, du. Oh! Ja! Pfff! Gut, gut! Ah! Ah boah! In den Mann, in den Mann! Boah! Ja! Oh, ja! Ui, ja, ja! Die Jungs, die greifen schon nach den Sternen, Mann. Die greifen schon nach Meni und Juve Triko. Da konnten man erst recht lagen. Lesen und 생fest recht. Ja, juger! uins gone! Aaaah! Super! Ohhhhh! Ya! Pff! Rose wen, was war denn esas? Wenn ich Communist soar, Versuch! Bist deton macht 4-0. Jetzt geht jeder rein, jetzt geht jeder rein. Das ist richtig, richtig starke Gegner. 5-1 steht es? Dennis, wir müssen richtig anzahlen. Jetzt muss ich mehr treffen. Bruder, das gibt es ja nicht. Er hat eure Altrikot an, kein Wunder. Führung ausgebaut. Ja. Ja! Flatter, flatter. Flatter inski mal. Ja! Bra! Rude, nur flach! Er schiesst nur flach mal! Ja! 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 Boah, hohoho, stark, glaubst du so, la? War gut. Stark, Anna, man. Wow, hu 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 hu. Ut dabei. Egal, egal, fokus, fokus. Gut, Anna, mit Dennis. Fuck, Alter. Oh mein Gott, das wird so knapp, Leute, Leute. Heute gehts gar nicht. Nein, nein, gar nicht. Es geht gar nicht. Hast du noch was zu sagen, Bro? Wenn wir nicht gewinnen, dann nicht sehen wir es falsch. Ich denke mal gut Rquesen, Le quests, oder ist es wichtig? Ich rufe! Na Mache nochmal Fitscher. Guter Annahme. Let's go. Guter Annahme. Da gönnt die Stange, weißt? Guter Annahme. Guter Annahme. Stark. Ey, was ist da los? Schau dir das an! Guter Annahme. Alles gut. Ich gefahren. Stark. Schade. Schade. Bravo Marco. Go. Gut. Stark Marco. Er flattert sich raus. Der Fitscher. Hau die Kraft rein. Schmeckt, schmeckt, schmeckt. Geht schon. Jetzt hast du selbstvertrauen. Oh, stark Annahme. Christoph. Guter. Oh, stark Annahme. Leute, es steht plus eins, das heißt, ein Tor wir haben ausgeglichen. Wir haben die Chance, diese Challenge zu gewinnen. So spannend, was noch nie in der Geschichte von Bitpost Vienna. Das ist alles gut, bitte. Go, Dennis. Alles gut. Ja, wichtig Mann. Komm, Führung, Führung oder Stechen. Na, na, aber okay, Stechen, Jungs. Bruder, das ist krank spannend. Markus, sehr, sehr stark, sehr, sehr stark, wirklich. Stechen, Leute. Noch eine Runde jeweils. Sehr, sehr spannend in der Runde. Gute Annahme. Wow. Marco, hast du? Ja, aber wichtig, sehr wichtig. Echt, diese Stange heute, die geht gar nicht. Wow, stark. Wuuuuh, stark, Ficcio. Den hast du irgendwie erwischt, gell? Ja. Boah, guter Annahme. Sieg. Aber wenigstens haben wir jetzt keinen Druck. Nein, nein. Druck hast du nur am Hazel, gell? Jungs, also, mach Tennis einen. Gehört die Challenge uns. Es kommt zur dritten Challenge. Ansonsten geht es nochmal eine Runde weiter. Oli, an dieser Stelle viel Spaß beim Schneiden. Was machen wir jetzt? Ja, du, an dieser Stelle ist stark. Ja, ähm. Was machen wir jetzt? Stechen wieder? Gute Annahme. Gute Annahme. Ich vertraue auf Tennis, er macht das schon. Wichtig wird es jetzt werden. Ja, jetzt geht's. Let's go. Deiner, Kumako. Ja. Ja, das ist wichtig. Es gibt es nicht, Alter. Also wirklich, einmal ein Like für Dennis, weil das ist sehr bitter. Dennis, will ich keinen Druck machen? Das gibt's nicht, das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Ja, Leute, so ist Bitboss Jena. Auch wir. Es waren andere, dass sie auch verlieren. Die Jungs waren echt stark. Es gibt keine Ausreden. Gewinner. Geschenkt bekommt sie aber nicht. Spaß. Marco, richtig stark. So, da folgt's Marco Finster, dort hinten. Komm, sag's nochmal dazwischen. Oh, ein Insta-Namen. Die Dariwicz-Denis drehen alles zusammen. Perfekt. Salic.sammel. Jungs, bleibt gesund. Bleibt im Lockdown. Gibt's Gas? Eure Walsch wollen wir haben, oder? Ja, super. Seid dabei? Perfekt, stark, Jungs. Richtig, richtig stark. Muss man sagen, gibt's keine Ausreden. Unglück oder Glück, wurscht. Aber Geschenk kriegt's jetzt. Wie gesagt, noch Topf ist damit gelehrt. Du Steingetroppern, biert dich richtig. Also, das ist R-Aktion, wirklich. Teilt euch das auf. Ich weiß nicht, wer Menü, wer Juve-Fan ist. Ich hoffe, es kommt zu keiner Städte rein. Wir wurden besiegt. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Lasst den Kommentar da. Gegen wen wir als nächster spielen sollen. Der Topf wird wieder von neu aufgeladen. Und ja, bleibt alle gesund. Corona ist da. Wir sehen uns. Ciao. Ich kann's mal vieles sagen, aber wenn das nicht Pech ist, dann weiß ich auch nicht. Es war sehr viel Stange dabei. Wie oft eigentlich eine Stange heute getroffen wurde. Du musst zusammenzählen. Wenn die alle reingehen. Bitter, Mann. We sind dieses Mal. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns.